tierische kuh schafft im farbladen mit diesem klientel haben die betreiber des geschäfts nicht gerechnet die kuh ist von einem nahegelegenen hof abgehauen an einem kreisverkehr dann auf den parkplatz des ladens abgebogen und von dort direkt ins geschäft gerannt offenbar sollten dem tier auf dem heimischen hof die hufe gemacht werden aufregung im farbladen auf diese kundschaft ist man dort nicht eingestellt mehrere landwirte und die polizei haben die situation dann gelöst ein tiertransporter hat die kuh wieder auf ihren hof gebracht im farbgeschäft nimmt man die situation mit humor hier kann man jetzt tierisch gut trendige farben shoppen steht jetzt auf der website des ladens ja 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 ja